Heute wird es sentimental, denn ich habe hier einige Produkte, die Tatsache mehr oder weniger mein Leben verändert haben. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Wir haben viele, viele Produkte, die ihr kennt. Einige davon habt ihr sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Aber mir fiel neulich, kurz nach dem Aufstehen ein, dass ich vielleicht mal ein Video machen könnte mit Produkten, die mein Leben verändert haben. Ich finde, das klingt sehr hochgepokert, aber wenn ich euch die Geschichten zu den Produkten erzähle, dann werdet ihr vielleicht das Ganze nachvollziehen können. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Produkt auch schon zu Hause. Dann könnt ihr die gerne wieder mal rausholen. Ich freue mich drauf und ich würde vorschlagen, wir starten direkt, oder? Ich sehe fix und fertig aus. Das sind meine Augenringe. Ihr wisst es, dass ich das Video meistens mit einem Color Corrector schon starte. Aber einfach, damit ich mich auch ein bisschen wohler fühle, habe ich jetzt in diesem Video extra nicht gemacht. Denn es gibt ein Produkt, was mir geholfen hat, mich wohler zu fühlen. Ihr kennt es mit Sicherheit. Wir alle haben etwas, was uns Unwohlsein fühlen lässt. Und bei mir sind das definitiv meine Augenringe. Die habe ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich bin auch gerade dabei, vieles zu tun und es wird auch besser. Aber es ist immer noch da und ich werde mich damit arrangieren müssen. Das fällt mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schwer, weil ich halt eine Maus bin, die ungerne etwas auf sich sitzen lässt. Und die Augenringe lasse ich ungerne auf mir sitzen. Aber ich habe vor, das ist schon einige Jahre her, das hier gefunden von Charlotte Tilbury. Das ist das Magic Vanish. Ich verlinke euch alle Produkte, falls es sie gibt. Und ich habe das bei irgendjemandem mal gesehen und dachte mir, das könnte dein Produkt sein. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Es ist mein Produkt geworden. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile sechsmal nachgekauft. Ich habe es in zwei verschiedenen Farben. Ich habe hier die zwei, ich habe es auch nochmal in der eins. Und das ist etwas, ich weiß nicht warum, aber sobald ich es drauf habe, fühle ich mich ganz anders. Und es hat mir geholfen. Es klingt total doof, aber ihr kennt es mit Sicherheit. Manchmal hat man einfach so Tage, da fühlt man sich nicht gut und Make-up hilft einem dann, sich ein bisschen besser zu fühlen. Ihr braucht nur sehr, 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 sehr wenig. Am besten funktioniert es mit dem Finger. Und dieses Produkt alleine reicht schon, dass ich mich wohlfühle und alles kaschiert ist, ohne dass es so grau aussieht. Ich habe früher oft den Catrice Liquid Camouflage Concealer benutzt, bevor ich das hier hatte. Das Problem ist, wenn deine Augenringe so dunkel sind wie meine oder so blau, grau, lila und du ein Concealer in deiner Farbe raufgibst, wird es passieren, dass diese Augenringe grau durchscheinen. Und du siehst noch ein bisschen fahler aus. Das ist so ein bisschen peachy. Und ihr seht den Unterschied direkt. Das ist peachy und das korrigiert gleichzeitig so ein bisschen die Verfärbung, aber deckt auch ab. Fertig. Ganz anderer Mensch. Und seitdem ich das gefunden habe, ist es mir eigentlich völlig egal, ob ich einen Pickel habe oder irgendwas. Es sind bei mir meine Augenringe, die mich unwohl sein fühlen lassen. Und das hat das ganze Problem gelöst. Ich finde, der Titel ist natürlich wieder sehr, was heißt provokant. Es sind Sachen, die mein Leben oder meinen Alltag vor allen Dingen auch verändert haben. Das zumindest hat meinen Alltag verändert, weil ich schminke mich ja sehr oft, jeden Tag mehrfach für Videos, für Shorts, für kurze Videos, für lange Videos, für alles Mögliche. Aber zwischendrin möchte ich dann einfach kein Make-up tragen. Aber ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte zum Bäcker gehen, ohne dass man denkt, ey, was ist mit dem Jungen los? Der hat seit vier Monaten nicht mehr geschlafen. Oder, oh, bist du krank? Habe ich keine Lust drauf? Und wenn mich, ich glaube, es kostet 26 Euro. Es ist teuer, aber es ist genial. Und das hält ewig. Es hält wirklich, wirklich ewig. Dann ist mir das definitiv wert. Ich mache einmal schnell meine Augenbrauen. Dafür benutze ich das Brow Freeze. Das ist auch ein Produkt, was ich täglich benutze. Habe ich mittlerweile, glaube ich, auch schon zehn durch. Würde ich jetzt aber nicht mit dazu zählen, weil das eher so ein Trendprodukt ist. Was vielleicht in vier Jahren nicht mehr so relevant ist. Aber es benutze ich einfach jeden Tag. Ihr könnt mir ja gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Produkt habt, wo ihr sagt, das hat euer Leben verändert, bereichert, irgendwie euch mit irgendetwas geholfen. Wir kommen zur Pflege, beziehungsweise zum Priming. Und dafür benutze ich die Magic Cream von Charlotte Tilbury. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren, als die rauskamen, da habe ich, glaube ich, schon Content produziert. Aber der Preis war natürlich damals, ist ja immer noch, utopisch. Mittlerweile ist es mein Job gewesen. Als die rauskamen, war das ja alles noch nicht mein Job. Und ich habe das alles, ich habe dann noch nicht mal Geld mit YouTube verdient. Ist das ein Produkt, was mir dieses besondere Gefühl gegeben hat? Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja oft so etwas, wo man sagt, okay, das gönne ich mir jetzt. Und ich habe das damals beim damaligen Bekannten von mir gesehen. Der hatte das und ich war so neidisch drauf. Ich wollte das auch unbedingt haben. Ich durfte es dann immer natürlich probieren. Und ich war so überrascht, wie schön das einfach aussieht. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Es gibt mittlerweile aber bessere in der Drogerie. Ich wollte jetzt hier nicht unbedingt gute Produkte zeigen. Das werdet ihr noch sehen. Sondern Produkte, die für mich so einen emotionalen Stellenwert haben. Unter anderem halt diese Magic Cream. Und ich benutze sie tatsache ja auch gerne. Ich meine, ich habe sogar eine, da steht mittlerweile mein Name drauf. Und ich mache das Video recht egoistisch, glaube ich, auch für mich. Weil ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Und ich manchmal vergesse, wie besonders es eigentlich ist, dass ich von dieser Marke, von der ich so viel halte oder von der, oder auf die ich immer hinaufgeblickt habe, mir ein Produkt schicke mit meinem eingravierten Namen. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Das vergisst man aber im Alltag. Dankbarkeit muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, weil man in seinem Alltag so gefangen ist. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Und es ist ein gutes Produkt. Ich hätte gerne eine Foundation mit reingenommen. Ich habe sie nicht mehr. Und ich glaube, es gibt sie auch mittlerweile nicht mehr. Aber ich blende euch eine Sequenz ein. Das ist die Beauty Blender Foundation gewesen, die 2016, 2017, 2018 muss es gewesen sein, herausgekommen ist. Und das war das erste Video, was ich gemacht habe, was viral gegangen ist. Ich hatte da meinen YouTube-Kanal noch nicht lange. Und, traurige Geschichte eigentlich, ich habe mir Geld leihen müssen von meiner damaligen Arbeitskollegin, weil ich glaube, ich habe 80 Euro zahlen müssen durch Shipping und Versand und Zoll und was weiß ich. Und das Geld hatte ich einfach nicht. Aber ich habe daran geglaubt, dass dieses Video mir helfen kann. Und ich habe dieses Video gemacht und ich war der erste und einzige Beauty-Creator in Deutschland, der dafür eine Review gemacht hat. Und das Video hatte damals, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen 80.000 Aufrufe bekommen oder so. Was für mich damals, ich hatte vielleicht 10 Abonnenten. Also, das ist schon eine Menge. Und das war das erste Video, was mir geholfen hat. Ich glaube, ich habe durch dieses Video viele, viele Tausende, bestimmt 3.000, 4.000 Abonnenten dazu bekommen. Und ich habe es geschafft, mit diesem Video in diese Monetarisierung zu kommen. Dass ich wenigstens ein paar Euro mit YouTube verdienen kann und meiner Arbeitskollegin das Geld zurückgeben kann für diese Foundation. Konnte ich dann auch machen. Es hat natürlich alles länger gedauert. Und dann kam auch der nächste Gehaltscheck. Aber diese Foundation, ich weiß nicht mal mehr, ob sie gut war, hat mir das hier alles, uns, diesen Content, befeuert und ermöglicht, so ein bisschen, weil es einfach der Durchbruch, in Anführungszeichen, war, am Anfang. Und dann kam natürlich Luisa Crashen, mit der ich gedreht habe, und Kisu und dann die Hatice und Laugh-Kollektion, die mir geholfen hat. Und das war dann einfach, glaube ich, alles nur Glück und Fleiß. Möchte ich nicht kleinreden. Ich habe ja wirklich, ich habe, ich habe ja wirklich dran geglaubt. Ich habe neulich mit meiner Mama drüber gesprochen, wie stolz ich war, damals, als ich ihr mein erstes YouTube-Video gezeigt habe. Und dann mussten alle ins Wohnzimmer und sich mein YouTube-Video anschauen. Und das war so, das war so unangenehm. Also jetzt auch noch ist dieses Video, so unangenehm. Aber es hat ja sich ja trotzdem gelohnt. Und sie weiß noch, hat sie mir neulich gesagt, als ich zu ihr gesagt habe, Mama, ich höre jetzt mit der Uni auf, ich werde jetzt YouTuber. Fand sie natürlich gar nicht cool. Aber ich habe ihr das erklärt und sie hat gesagt, okay, finde sie nicht gut. Sie will, dass ich weiß, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist. Aber sie steht mir da nicht im Weg. Sie unterstützt mich dabei. Mach mal. Durch so eine, durch so eine Freundin. Oh Gott, das ist so ein emotionales Video. Es ist Sonntag 7, ohne Witz, ich erzähle euch ja immer, wie spät es ist. Es ist Sonntag 7 Uhr 59 und gleich so ein emotionales Video. Aber ich glaube, dass es mal nicht nur für mich ganz gut ist, mit euch darüber zu reden, sondern vielleicht auch für viele, die neu dazugekommen sind. Ich meine, wir haben uns ja verhundertfacht gefühlt seit diesem Video. Und das ist eine schöne Sache. Die Foundation habe ich eingearbeitet. Ich habe jetzt hier die Mesa Oda Foundation benutzt. Absoluter Game Changer für mich. Ich mache mal weiter. Concealer, Kontur, so ein bisschen und dann haben wir nächstes Produkt. Ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, welches Produkt als nächstes kommt. Übrigens, die Produkte haben keine Reihenfolge in der Historie in meinem Leben, sondern in der Historie meines Make-ups, in der Reihenfolge meines Make-ups. Und zwar das Coty Erstband Powder. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Beauty YouTube das Ding war? 2015 ungefähr. 15, 16. Tati. Schaue ich übrigens immer noch sehr, 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 sehr gerne. Ich habe dieses Puder bei ihr gesehen, weil sie das so gelobt hat. Und ich wollte das auch unbedingt haben. Turns Out stellte sich heraus, dass ich es acht Jahre später eigentlich immer noch täglich nutze. Weil es einfach ein krasses Produkt ist. Baiten ist heutzutage nicht mehr so das Ding. Für mich schon. Ich werke immer noch jeden Tag, nur halt nicht mehr so lange. Also ich lasse jetzt nicht hier 20 Minuten das Puder drauf, so wie wir es vielleicht früher gemacht haben. Aber ich habe das damals bei Tati gesehen. Und Tati war auch damals ein Grund, warum ich unbedingt mit YouTube anfangen wollte. Weil ich das so schön fand. Ich fand das so toll, wie sie diese ganzen Produkte benutzt hat und wie sie so viele Sachen hatte und dann immer was anderes machen konnte. Und sie war so sentimental dabei irgendwie. Und ich finde Tati eine ganz bewundernswerte Frau. Und dieses Puder habe ich tatsache von ihr. Also nicht das Puder, sondern die Idee des Puders habe ich von ihr. Und habe mir das bei Amazon gekauft. Das gibt es auch noch. Und ich werde es auch immer wieder nachkaufen. Ich habe viele, viele Puder probiert. Aber keines, was ich bisher getestet habe, kommt daran. Natürlich, mein eigenes beispielsweise hatte aber einen anderen Effekt. Das Easy Bake von Huda Beauty ist auch nochmal was anderes. Das ist ein Puder, wo ich weiß, das hält 20 Stunden. Und das gibt mir Deckkraft. Und das ist so ein bisschen 2016 Make-up hier heute. Wartet auf die Produkte, die hier noch kommen. Aber das war halt die Zeit, bei der natürlich sich bei mir alles verändert hat. Ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt. Ich komme ja aus einer Zeit, bevor ich mit YouTube angefangen bin, wo ich bei meinem Onkel auf dem Sofa gewohnt habe. Und mir lieber Liquid Lipsticks gekauft habe, als was zu essen. Das ist so ein Ding, das kriegst du halt nicht raus. Wir machen einmal ein bisschen die Base, weil ich sehe ganz schön blass aus. Und da kommen wir zu diesem Schätzchen hier. Ich weiß, Nix mag mich nicht. Ich mag Nix trotzdem. Das ist diese Contouring Palette. Gibt es seit Ewigkeiten. Und ist ein absolut großartiges Produkt, weil es nicht nur sehr viele Möglichkeiten hat, zu benutzen. Entweder als Kontur oder Blush. Sondern auch, weil es einfach verhältnismäßig günstig ist, für das, was es ist. Und es gibt es halt auch immer noch. Mittlerweile habe ich ja auch so ein paar Einblicke in, wie funktioniert die Drogerie. Und wie werden Produkte bestellt und nicht bestellt. Und das ist, wenn ein Produkt so lange in der Drogerie ist, dann ist es ein Best Performer. Und das ist ein phänomenales Produkt. Schaut euch mal an, wie schnell das geht. Ich mische einfach die Farben. Ich könnte jetzt sogar, kommt, jetzt sind wir schon mal hier, hier so eine helle Farbe nehmen. Heutzutage würde hier wahrscheinlich noch ein rosaner Ton mit drin sein. Den Ton nehmen. Und hier ein bisschen highlighten. Um so einen Lifting-Effekt zu haben. Boom. Hello 2016 Make-Up Maxine. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, seit welchem Video. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ihr mir folgt. Hier auf YouTube zumindest. Ich weiß, viele werden sagen, entweder Beautyblender, Hatti. Oder Tatsache, Nivea. Ist auch schon ein bisschen her. Ich habe was im Auge. Ist auch schon ein bisschen her. Und viele wissen gar nicht, es fällt mir im Moment so ein bisschen auf, durch neue Kurzplattformen. Dass viele zum Beispiel denken, dass die Rivalazmi-Kollektion meine erste ist. Sie vorher noch nie was von mir gesehen haben. Aber es gibt ja etwas, was schon sehr, sehr, sehr lange her ist. Das Luvia Cosmetics meets Maxim Giacomo Prime Glow Kit. Wow. Das ist so lange her, aber ich kann mich daran erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Look at her. She's beauty. She's perfection. Ich habe sie so lange nicht mehr in der Hand gehabt. Das ist eine Highlighter-Palette gewesen. Dubai Landebahn. Es war sogar ein Pinsel mit dabei. Ich weiß noch, wie wir die gemacht haben. Fun Fact, ich würde sie heute so nicht mehr machen, natürlich, weil sie einfach heute viel zu stark ist. Ich gehe in die Farbe Boys in Makeup. Das ist halt ein krasser Highlighter. Damals war das das Ding und das war für mich natürlich so ein, ich habe jetzt ganz, ganz wenig benutzt. Das ist einfach so übertrieben pigmentiert. Du kannst sogar damit bronzen und so. Das ist eine Musterpalette. Deswegen will ich die jetzt nicht so stark beschädigen. Ich wollte sie aber mit reinnehmen, weil es einfach, das war halt meine erste Collab. Und ich weiß auch nicht, was Luvia sich dabei gedacht hat, das damals mit mir zu machen. Ich kann es auch immer noch nicht nachvollziehen, dass es damals passiert ist, weil es einfach, ich weiß noch, ich habe das gemacht und ich habe einen Anruf bekommen. Da stand ich gerade, ohne Witz, ich stand bei Lidl an der Kasse und habe Flaschen weggebracht und den Bon eingelöst und mir Jum Jum Nudeln, also diese Instant Nudeln geholt. Und da habe ich das fertige Design davon bekommen und habe in dem Moment gedacht, krass, wie sich dein Leben gerade verändert. Einfach nur ein emotionales, ein emotionaler Weg, dass ich wusste, okay, krass, da gibt es jemanden oder du bist auf dem richtigen Weg in die richtige Industrie für dich. Und das liegt mir natürlich heute noch sehr nah. Deswegen das Prime Glow Kit war das erste Produkt, was ich jemals rausgebracht habe. Und es war super. Wir hatten danach eine Pinselseife und eine Schwämme und wir hatten die Catrice Kollektion 1, die Catrice Kollektion 2, Riva Loves Me 1, Riva Loves Me 2 und dann natürlich auch noch meine eigene Brand. Und das war schon krass. Habt ihr die noch? Das ist so ein Ding, ne? Es gibt Leute, die verkaufen meine Produkte bei Ebay. Das Ganze einmal kurz ein bisschen fixiert. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich das eigentliche Produkt, was ich hier in das Video mit reinnehmen wollte, nicht mehr gefunden habe. Und zwar die Jaclyn Hill Palette. Das ist jetzt die 2. Eigentlich wollte ich die 1 nehmen, weil die 2 ist mir ein bisschen zu lila und ein bisschen zu rot. Wir machen heute nur einen Basic Basic Look damit, weil ich gleich noch ein bisschen was anderes machen muss. Vorher lassen wir das Spray aber einmal kurz fixieren. Okay, ich habe die Palette seit gefühlt 2016 nicht mehr angefasst. Wir gehen in die Farbe Perfectionist, einsetzen uns die in die Lidfalter. Es ist schon krass, ne? Wie sich das Ganze verändert hat. Erstmal distanziere ich mich ganz, ganz wichtig von allen shady Businesses, die Jaclyn Hill hier macht oder gemacht hat. Wollte ich sie auch eigentlich nicht mit reinnehmen, aber die Alternative wäre Jeffree Star gewesen. Also wir müssen auch mal ehrlich sein. Das war einfach zu dem Zeitpunkt das, was da ist. Und das ist schwierig. Es ist so ein bisschen dünnes Eis. Aber da, während ich hier ein bisschen ausblende, kann ich euch so ein bisschen erzählen. Denn es gibt wenige Leute in diesem Business, die mich unterstützt haben oder auch heutzutage noch unterstützen. Das ist nochmal was anderes als vielleicht vor fünf Jahren oder so. Vier Jahren, als ich angefangen habe. Aber es waren wirklich nur, nur wenige. Und das sind auch sehr, sehr wenige, mit denen ich wirklich Kontakt habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute denken, dass ich ihnen irgendwie was weggenommen habe oder so. Dadurch, dass ich Content gemacht habe, was okay ist oder dass ich dazugekommen bin. Das ist okay, das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt wenig Leute, mit denen ich heute Kontakt habe, denen ich nicht nur vertraue, sondern auch mit denen ich viel Kontakt habe. Und das ist okay. Man ist so ein bisschen sein... Ich glaube, dass viele YouTuber einfach so ein bisschen eigenbrödlerisch sind. Bin ich ja auch. Ich gehe kaum raus. Ich traue mich nicht alleine einkaufen zu gehen oder so. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt wenige, mit denen ich guten Kontakt habe. Und das ist auf der einen Seite schade. Auf der anderen Seite ist das für mich okay. Ich hatte die Palette anders in Erinnerung. Ich nehme noch ein bisschen schwarz für hier außen. Es gab ja auch noch mal diese Void-Kollektion. Die war auch krass. Jetzt hier in die Farbe Get Ready With Me. Da werde ich so ein bisschen sentimental, weil Beauty YouTube ist heute nicht mehr das, was es vor vielen, vielen Jahren war. Also wir erinnern uns an die Zeit, da kam jede Woche eine neue Influencer-Collab raus. Und jeder hat irgendwie Content gemacht. Und das war noch mal eine ganz andere Zeit. Das ist heute nicht mehr so. Das macht mich auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Weil Beauty-Videos drehen, das ist halt meine Passion. Ich mache das einfach unglaublich gerne. Klar gibt es auch mal Tage, wo ich mir denke, ich habe keine Lust drauf. Ich habe einfach keine Lust, mich heute zu schminken. Aber du kannst ja auch nicht zu deinem Chef oder deiner Chefin sagen, du, ich habe heute keine Lust, arbeiten zu gehen. Dafür macht es mir einfach zu viel Spaß. Aber es ist natürlich nicht mehr das, was das früher war. Okay, es ist ein sehr, sehr einfacher Look. Ich habe ihn jetzt probiert, so 2023 Style möglich zu machen. Ist eine krasse Palette gewesen. Ja, und natürlich etwas, was für mich persönlich einen ganz großen Stellenwert hat, was ich jetzt aber nicht auftragen werde, weil ich das gleich noch brauche, sind die Lashes von Giacomo Cosmetics damals noch. 2020, wir erinnern uns alle, war ein wildes Jahr für uns alle. Da hatte ich natürlich auch sehr viel Zeit und habe eine eigene Marke aufgemacht. Damals hieß sie noch Giacomo Cosmetics, mittlerweile heißt sie Magiamo Beauty und das erste Produkt waren diese Lashes. Hat einen Grund, dass es Lashes waren. Eigentlich sollte es was anderes sein. Es hat aber durch, wir wissen alle warum, nicht so geklappt. Und deswegen kamen die Lashes raus. Es gibt auch noch, ich glaube, 40 oder so und die kosten mittlerweile nur noch 5 Euro. Wir trennen uns jetzt davon. Alles auf Magiamo Beauty oder fast alles ist reduziert gerade. Es gibt sogar Mystery Boxen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber die Lashes, super, super, super gute Lashes. Liebe ich, liebe ich wirklich sehr. Und zu guter Letzt noch etwas. 2015 muss das, glaube ich, gewesen sein. Da kam das raus, da hat Kylie Jenner Kylie Cosmetics gegründet. Und ich hatte damals noch keinen YouTube-Kanal. Ich habe auch damals mich noch nicht so für Beauty-Produkte so interessiert, aber ich war halt ein riesengroßer Kylie Jenner-Fan. Und auch hier musste ich mir Geld zusammenkratzen, um mir Lip-Kits zu bestellen. Ich wollte damals Candy K haben, war aber ausverkauft. Also hatte ich, glaube ich, Courtney K, das Dunkelbraun. Furchtbare Farbe für mich. Vor allen Dingen, ich habe ja kein Make-up getragen. Habt ihr schon mal so einen braunen Liquid Lipstick getragen ohne Make-up? Es sieht halt irgendwie immer so ein bisschen komisch aus. Und ich habe mir echt Geld zusammengespart und diese, ich glaube, 36 Euro hat es damals gekostet mit Versand. Hatte dann dieses Liquid Lipstick-Kit. Und ich habe es rauf und runter getragen. Auch wenn es furchtbar aussah, auch wenn es eine komische Textur war und nicht so schön war, habe ich es getragen. Weil ich einfach so stolz darauf war, dass ich mir das gekauft habe. Ich nehme jetzt hier einen Lip-Liner. Ich lande immer wieder beim selben hier. Morphe Sweet Tea. Und man kann von den Kardashian- und Jenner-Sistern halten, was man möchte. Kylie hat damit etwas Besonderes geschaffen, was es damals so noch nicht gab. Ich fühle mich wie 2016 hier. Und jetzt habe ich es mir dann irgendwann noch mal gekauft. Einfach nur so aus sentimentalen Gründen. Und das ist mein, man kann schon fast sagen, 2016 Maxim-Gedenk-Look in die Moderne gebracht. Es war ein sehr emotionales Video. Es war eigentlich gar nicht so geplant. Aber ich wollte euch einfach mal ein paar Produkte zeigen, die mir geholfen haben, auch persönlich und uns gemeinsam als Community vielleicht zusammengebracht haben. Es verändert sich alles so ein bisschen. Natürlich nicht nur in meinem Leben. Ich bin mittlerweile Ende 20 und nicht mehr Anfang 20. Ein anderes Leben, als ich vorher hatte. Wir süßen Mäuse. Vielen Dank für dieses äußerst spannende Video. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass wir gemeinsam hier sind. Und wir so viel Freude haben. Passt euch auf. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.